Oh, das ist... Harry, komm näher. Ich habe ein Portal verschluckt. Okay, also zum einen erstmal... Noch einer. Einmal das, da unten hängt noch einer. Wieder einer. Jetzt gucken wir uns mal hier kurz den hinteren Bereich an. Es ist dunkel, aber ich sehe ein Leuchten am Ende des Tunnels. Hoffentlich ist das das Portal und nicht irgendwas anderes. Aber schön gemacht irgendwie, dass das hier so dezent, aber doch hart verdeckt ist. Jetzt reden wir doch mal mit ihm. Schläft tief und fest am helllichten Tag. Ich wünschte manchmal, ich dürfte das, statt zur Schule zu gehen. Dann könnte ich die ganze Nacht wach bleiben und Comics lesen. Ja, das wäre natürlich traumhaft. Ähm... Moment, wir versuchen es mal eben mit der Glocke hier. Hm, ich glaube, die sind hier nachtaktiv. Ja, ich kann auch gerne auf Nacht umschalten. Das ist kein Problem. Das ergibt sogar Sinn, aber das merkt man hier oben nicht so richtig, ob Tag oder Nacht ist. Aha, jetzt ist es offen. Okay. Dann nochmal. Entschuldigung, ich suche nach einem Baumportal. Haben Sie sowas in Ihrem Nest, äh, zu Hause? Und wenn ja, dürfte ich es sehen? Oder durchlaufen? Ist das ein Ja? Einmal blinzeln für Ja. Vielleicht hört er mich ja nicht. Hallo. Herr Motte, ich hätte da mal eine Frage. Wenn wir Oma besuchen, muss ich auch immer laut sprechen. Und wenn man laut genug schreit, klingt alles wichtig. Keine Nichtflügler. Oh, Entschuldigung. Frau Motte. Äh, bitte was? Nichtflügler. Deine Schwingungen entfremden den Ort. Oh. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber... Aber ich glaube, das ist ein Privatbereich für Insekten. Schade, dass ich keine Flügel habe. Ja, dazu habe ich jetzt zwei Ideen. Mal gucken, ob Idee 1 funktioniert. gut. Oho. Irgendwas kribbelt bei mir. Aha. Das Licht ist groß. Ja, dir auch. Für wahr, du warst ein wunderbares Flügelpaar. Dankeschön, dankeschön. Ach ja? Verzeih, dass ich sie vorher übersah. Wir dachten schon, wir wären die einzigen vernunftbegabten Flügelträger in dieser uns zur Heimat gewordenen Fremde. Hm, ich kann die Flügel fühlen, aber ich glaube, ich bilde sie mir nur ein. Und die Nachtfalterin sieht sie auch. So fühlt es sich also an, wie Kizune zu sein. Aber was wohl ihre richtige Gestalt ist? Und was sie wohl gerade macht? Ob ich sie bald mal wieder sehe? Du stehst mit dir selbst im Dialog, Einheimischer. Priesterin Phosphora wartet im Tempel. Sie wird sich freuen, einen einheimischen Nachtfalter begrüßen zu dürfen. Okay, ich laufe dann mal durch, okay? So folge dem Weg, der dir gewiesen. So wie auch wir es tun. Ja, dann gehen wir mal dem Licht hinterher. Oh, ist das kalt hier. Oh, das muss die Priesterin Phosphora sein. Ähm. S-Summ? Was für ein Geräusch machen Motten überhaupt? Schöne Nacht heute, nicht? Meine Augen versähten. Täuschen sie? Geht dort ein Nachtfalter? Äh, genau. Hespera hat dich eingelassen, aber es geht ihr gut. Es liegt in der Luft. Du musst ein wohlgesinnte Nachtfalter sein. Das bin ich. Uh, für einen Moment hatte ich befürchtet, der Zauber würde nur bei einer Motte auf einmal wirken. Von wo kommst du? Unsere Gemeinschaft bist du nicht angehoben. Zudem deine Maske, du trägst sie nicht. Ja, ich bin von ganz weit weg. Sei uns willkommen. Doch wisse, nur die Not hält uns noch an diesem kalten Ort. Welche Not denn? Ähm, seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Was bewachst du da so aufmerksam? Das ist interessant. Es ist der letzte Lichtstrahl. Wir sind die letzten Nonnen der Mondlichtgemeinde. Und wir erwarten die Ankunft unserer hohen Priesterin, die unter einem guten Stern gelegt worden ist. Die lichterfülltesten Nachtfalter unseres Kreises zeigten sie. Wir werden es Mondschein nennen. Mondschein, schöner Name. Das stimmt durchaus. Ähm, seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Einst waren wir viele. Wir labten uns am Nektar, dem Licht des Mondes, unseren Legenden und der Schönheit, der Dufte. Doch die graue Flut kam über eine Welt, in der wir lebten die Kälte über eine andere. Ihr seid also nach Mauswald geflohen. Dieser Ort ist voll mit Vibration des alten Lebenslichts. So haben wir einen Tempel für die Kraft, die wir brauchen, errichtet. Doch der graue Berg am Horizont kündet von Unheil für diese Welt. Okay, und wo ist der Rest von euch? Wo ist der Rest von euch? Angelockt vom grauen Berg, von Bestand und Krönheit kamen die Kräden. Es wurden zu viele und das Ungute in dem, was sie aßen, das in ihre Federn sank, ließ sie ganz sich selbst vergessen. Unsere Flügel ähneln der Rinde der Bäume, doch sie sind lange nicht so hart. Okay, und welche graue Flut? Die graue Flut? Die anrollenden Giganten sind das erste Zeichen scheinbar friedlich. Doch dann fließen Masse aus ihrem Schlott. Niemand entkommt. Weder Pflanze noch Tier. Denn jene Masse verwertet sich, auf das sie nie mehr freigibt, das sie unter sich begraben hat. Erinnert mich irgendwie an Zement. Ob sie davon spricht? Könnte sein, ja. Die Bebauung der Wälder, die Abruhnung der Wälder, könnte sein, dass sich das darauf bezieht. Warum nicht? Wieso tragt ihr solche Masken? Weder Mond verdecken wir unsere Züge, denn nur durch das in sich kehren kann man seinen Geist erneut verpuppen. Sie symbolisiert die Abkehr von der Welt und die Zukehr zum inneren Licht. Okay, lass uns das Thema wechseln. Lass uns das Thema wechseln. Äh... Habt ihr hier ein Portal, das ich benutzen kann? Die Kälte an jenem Baum bricht in der Tat aus einer anderen Welt hervor. Nunmehr vermag nur das warme Licht unserer hohe Priesterin, die in meinem armen Rot diese erkaltete Verbindung zu öffnen. Doch ihr Licht ist schwach. Sie weiß, dass wir bald aufbrechen müssen. Doch ohne Nahrung besteht wenig Hoffnung, dass sie je fern von hier aus ihrer Schale bricht. Was braucht ihr denn als Wegproviant? Blumensamen. Blumensamen? Das kann ja nicht so schwer sein. Okay, also brauchen wir Blumensamen. War nett mit dir zu reden, aber ich muss da mal andere Insekten-Sachen machen. Kehre zurück, wann es dir gelingt. Aber warte nicht zu lang. Von überall kommen Lichter, die blenden und uns von hier fortziehen. Okay, wir brauchen also wirklich Blumensamen. Ein Topf mit Erde. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Das war mal eine Pflanze. Hm, können wir die vielleicht einmal wachsen lassen? Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Okay. Hagebutten sind... Ja, okay. Hätte ja sein können, dass wir da Hagebutten reinschmeißen können. Also brauchen wir irgendwelche Samen, die wir da reinschmeißen können. Da ist Erde. Nur... Oh, mein... Ja, hätte ja sein können, dass er noch irgendwas nimmt. Hier schneit es sogar... Moment, da fange ich nochmal kurz an. Mann, ist das kalt hier. Hier schneit es sogar ein bisschen. Wahrscheinlich war Platos Fahrrad deshalb unten in der Pfütze festgefroren. Die Kälte scheint direkt aus dem Baum zu kommen. Okay, wir reden nochmal ganz kurz hier mit dem... Mit dem Kristall. Da ist er was verloren. Jemand anderes sucht schon da mal. Und das wird wohl die Mondgöttin sein hier. Ist das jemand von euch? Ein Abbild unserer hohe Priesterin. Sie sieht sehr hübsch aus. Wie der Mondschein. So war sie immer. Und sie wird es wieder sein. Wenn sie erst geschlüpft ist. Woher wisst ihr das, wenn sie doch noch in dem Ei ist? Sie kommt und geht wie das Mondlicht. Wir kennen sie. Und bald kommt wieder ihre Zeit. Mhm, okay. Mal gucken, ob wir eben einmal am Tag machen können. Na, wobei, Moment. Halt, halt, halt. Ist das denn jetzt wieder verdeckt? Ja, ist es.